Hallo, Jawus. Hallo. Jetzt machen wir das Gleiche, nur mit Zahlen. Kannst du mir jetzt die Zahlen nennen und die Zahlen auf die passenden Raupen zuordnen? Ja. Na dann los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, neun, sechs, sieben, acht, neun, neun, prima, sehr schön. Hallo, Jawus. Hallo. Kannst du mir die Farben nennen und die Farben auf die passenden Raupen zuordnen? Ja. Na dann fang mal an. Das ist, nein, nicht so. Das ist Schwarz. Das ist Braum. Das ist Weiß. Das ist Rot. Das ist Orange. Das ist... Na, warte. Rosa. Das ist Blau. Das ist Grün. Das ist Gelb. Super, das hast du toll gemacht.